So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Till Last of Us im Multiplayer. Dabei sind, wie immer, Kati, Wex und Lugar. Hallo! Guten! Und äh, im letzten Part... Ist immer so schnell hier, weißt du? Hallo, bei mir ist schon wieder jemand gestorben. Wieso sterben bei mir die ganze Zeit Leute? Miyanagi, ich hasse dich. Wollte ich nur mal sagen. So ähm, im letzten Part waren wir richtig richtig gut, lag nicht zuletzt an mir. Hallo, guck mal bitte, wer Erste ist, ne? Hallo, guck mal, wer hier 6-5-0-Stats hat. Guck mal, wer hier 6 Exekutionen gemacht hat. Äh, 9-5-2. Nein, ich will noch schnell... Wex, du bist zweimal gestorben, hallo. Ich will noch schnell was auswählen. Nein, ich konnte auch nicht was wählen, nein. Bist doch doof. Stark verbessert einen kleinen Schuss auf den B. Hm. Ich drücke bei geöffnetem Rucksack R1, um zum Geschäft zu gehen. Das war mit 25% mehr Munition. Nicht schlecht. Ach man, ich wollte da noch auswählen. Sind wir jetzt noch mal gegen dieselben wie eben? Ja. Ne, leicht anders. Wir haben zwei neue Glaubstätten. Die tat mir irgendwie schon leid, die waren jetzt gar nicht so unnett, finde ich. Die haben nicht so geflamed. Die haben einfach gesagt, oh Mano. Die haben einfach gesagt, oh man ist so scheiße. Oh Mano, Mami. Ist okay. Ist doch nicht schlimmer, wenn ich frustriert bin, glaube ich. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Ja, das kann man. Und jetzt machen sie uns fertig. Ja, die Julie Christine macht uns kalt. Pass auf. Ne, die mach ich kalt. Katzenkampf. Ja. Bitchfight hier. Hallo und dann sagt es mir, voll pervers und so. Wieso? Das ist mein Katzenkampf pervers. Das ist mein Katzenkampf. 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 Kann mir das mal bitte einmal erklären, was das soll? Meinst du diese einzigartigen Booster? Ne. Ich hab keine Ahnung. Das sind so geschenke. Was soll Geschenke? Von vorne. Katzi bekommt Geschenke. Ja. Bitte alle Geschenke. Atzi. Danke schön. Ich nehme auch Bargeld entgegen. Ich habe auch die Cam an. Ich habe gehört im nächsten Pause. Ja. Facecam. Ja. Mobscam macht Katzi wieder. Ja. Da ist einer, Tyra. Pass auf. Ich weiß, Bruder. Sehr gut. Ja, ist das linkslang. Wir sind halt zu zweit für Prügeln. Guck mal hier. Wie die Pros. Wie die Pros. Der rennt doch hier alleine rein, der Typ. Also so Noob bin ich jetzt selbst sogar nicht mehr. War das denn? Es sah gerade richtig asozial aus, wie ihr die beide zusammen geprügelt habt. Ja, ne. Voll die Schläger hier. Oh, einer kommt von... Was ist von der Nen? Ne, der haut irgendwie ab. Also von draußen. Der versucht aus der Map zu flüchten. Was? Was kommt von draußen noch rein? Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich... Ich hab die Exekution geklappt. Du hast, ey. Ich bin grad hingerannt. Aber ich sollte nicht immer hinrennen, jetzt besser mit den Kugeln auszuschleißen. Ich renne aber gerne hin. Du haust ihn gerne. Groß alleine ab zu Bruh, Leute. Die Brew-Armee kommt. Oh, es klingt nicht süß, wir sind die Brew-Armee. Wir sind die Pandas. Wir sind die Brew-Armee. Wir sind die Brew-Stars. Die Brew-Stars. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Ich auch nicht. Da liegt ne Bombe. Oh, ja, Achtung. Achtung, Achtung. Da halb so wird's. Sag ja, da liegt ne Bombe. Ich hab's nicht gewählt. Lass mich euch heilen. Hä? Da gibt's auch eine Medizin. Ich hab gesagt, lass mich euch heilen, verdammt. Wir haben Molly. Wir sind der Beste. Guck mal, wie der meine Heilung gibt. Vorsicht, droht direkt einer kommt auf dich zu. Ne, das ist bei mir hier zwei. Wir haben Molly. Oh, ich hab's von Herz. Oh, die hat mich. Neu, nicht. Ne, ich bin schon tot. Warte. Warte. Ins Gesicht hier, Kathi. Oh, ne, von hinten, von hinten, von hinten. Ich dachte, du wär alleine, da hoffen die zu zweit. Ne, auf der anderen Seite ist noch einer. Oh, ne. Ich hab's nicht. Poker, Poker. Ja, ja, ein Moment. Der kommt, der kommt hier. Wo, 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 kommt der da? In der Seite, wo du jetzt grad hinschaust. Wo du jetzt grad hinschaust. Du darfst mal stehen, Kathi. Hä? Das ist der Sack. Ja, ja, jetzt ist der hinterm Haus, irgendwo. Da war einer mit nem Bogen. Oh, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Kannst du mich mal heilen? Ja, bin ich ja dabei. Ja, mach mal schnell, der. Fax, ich komme, ich gehe von hinten. Ich gehe von hinten. Oh Gott. Nein, ich hab zu flüchten. Blödes Menschen. Ah, du bist schon geheilt. Ne, bist du gar nicht. Vorsicht, oh, hinter dir. Bums, ich habe ihn noch. Ich komme hoch. Nein, Kathi, Kathi, schieße ihn. Hast du den im Haus? Bring ihn um. Jawoll, komm. Komm, 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 komm. Mit der Knüppel wieder. Lass mich den hauen. Guck mal, das ist ja ein Exekutionskommando. Nein, Poker, hau ihn noch tot. Ja, ich dachte, Wax will den. Ja, ich... Zuerst du, öh, klau nicht die Steals, äh, klau nicht die Kills und jetzt, öh, komm ihn doch tot. Steals, die Klaus, äh, klau nicht die Kills, die, öh, support. Sorry, Wax, Blue hat gesagt, dass wir ihn töten. Vorsicht vor euch, Mädels. Lieber so als gar nichts abkassieren, finde ich auch oft. Oh, drin ist einer. Na ja. Ich glaube, rechts davon ist auch noch einer. Nein, gefehlt. Was ist, wer schießt da? Komm schon, Bru, hol ihn dir. Perfekt. Los, Drummond. Drummond, Flammenwurf. 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 Oh, verdammt. Ja, wo bist du jetzt? Ja, wo bist du jetzt? Ja, wo bist du jetzt? Da, da ist noch einer, wo ich gerade bin. Ja, komm. Oh, links, glaube ich. Oh, ich bin hier voll voran. Erwischt. Oh, oh, ich hab keine Emotion mehr. Scheiße. Was seid ihr denn? Du musst gerade einen Molly herstellen. Wartet auf mich. Ich warte, Katja. Hey, durchs Heim bekommen wir einfach so viele Punkte, dass ich so aus dem Lauf bin. Ah, ich bin noch hinter uns. Oh, nee, komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, von oben. Erwischt. Oh, die Sau. Ich erwischt. Das ist ja ne Sau. Ganz auf der anderen Seite der Karte. Oh, da war noch einer. Da war noch einer. Ich bin da. Alter, ich bist du. Oh, da ist jemand. Wo, wo, wo? Weiß ich nicht. Ja. Oben auf dem Gerüst stand. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das möchte ich heilen. Alter. Du machst Julie Christine voll fertig. Das ist wirklich nett. Du mir leid. Julie Christine, äh, Karte ist schuld. Da hinten. Da hinten kommen sie. Ah, mit dem Bogen. Mit dem Bogen. Achtung. Wo ist er? Ich sehe ihn. Komm her, komm her, komm her. Da oben. Da oben. Was? Wo ist er denn eigentlich? Was? Oder? Das sieht auch ein bisschen seltsam aus. Wie sücht. Vorsicht, er hat einen Molotow. Fertig, los. Aber er wirft ihn zu spät. Nein. Double K. Oh, Leute, rettet mich bitte, bitte. Wechs, 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 wechs. Wo bist du? Äh, ja, ja. Rette mich bitte erst, bevor du ihn exekutest. Oder ja, schießen tot ist besser. Ich exekute ihn. Ich exekute ihn. Ich exekute ihn. Ich exekute ihn. Wo genau? Ich klau euch die Kills. Ich klau euch die Kills. Oh, Mann. Wo war... Wo bist du gestorben? Von wo? Was? Wo? Verdammt. Das Problem ist, ich brauche jetzt gar keine Exekution mehr. Das ist nur noch ein Gegner. Julie, Christine, so geht's nicht. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja, ich komme. Achtung, wechs, ich darf noch einen. Oh, komm her. Sind denn die da raufgekommen, frage ich mich bitte. Keine Ahnung. Geht doch gar nicht. Oh Gott. Oh, ne, 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 weg. Ui, weg, 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 weg. Glückwunschige Zeilen. Kann ich nicht weitermachen. So. Hey, da drüben. Ein nur die bei mir da. Da ist Julie, Christine. Au. Das ist auf die abgesehen, ja. Hey, komm, das Wetter muss mich verbinden. Ja. Ich. Oh, komm schon. Achtung, im Haus ist da eine Kati. Achtung. Oh, Achtung, Hilfe, Ruger. Ruger hinter dir. Ruger. Ich seh nichts. Ruger, rette mich. Rettet. Und noch eine Exekution. Damn. Oh, komm schon. Oh Mann, ich wollt Fokka noch. Du Penner. Ich wollt Fokka noch töten. Nein, ich mein, ich wollt Wechs noch retten. Ich wollt Fokka die Exekution klauen zum hundertsten Mal. Guck mal, wie die da hochkommen. Ja, ich auch. Das interessiert mich jetzt mal voll. Also hier ist auf jeden Fall ein Gang nach oben. Vor allem liegen da noch Rohstoffe für mich. Warte, ich kann losgehen. Ja, hier kann man ganz gechillt. Los geht's. Ja, hier kommt man ganz gechillt nach oben, ne. Ja, richtig guter Ort, ja. Warst du hier schon mal Karpi? Also beim Single-Click? Nee. Doch, oder? Doch, doch, die war schon. Doch, doch, doch. Das ist doch gerade eine Pfeile zu Splitterte. Hey, die haben Sun Death gerade. Oh, was? Warum hatte ich mir keine Rüstung? Oh, ich hab noch eine Rüstung. Oh, oh, oh. Kommt her, ihr kleinen Lüsen. Ah. Bleibt hier da oben. Ich bleib mal unten. Da ist dann. Da ist dann. Da ist dann. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn Kopfschuss gegeben. Kann man da rüber? Jetzt hast du meine Exekution geklaut. Ja, ich hab in den Moment geschossen, wo er starb, du. Ihr Asis. Ihr Asis. Aber das... Ich brauch keine Exekution. Sie kommt viel zu spät, die ganzen Exekutionen, Mann. Ja, ne? Ene mene, Mist, es rappelt in der Kiste. Wo seid ihr denn? Hallo? Da draußen. Ist nur noch zwei. Wenn wir das jetzt nicht schaffen. Das schaffen wir nicht. Ich glaub nicht, dass wir das schaffen. Komm, lass lieber rausgehen. Vorsicht vor dir, Fokka, direkt. Ja, stimmt. Man kann die irgendwie wegknallen. Dann bekäuft er. Achtung, ihr knallt sie weg. Wer wird's wegknallen? Was bist du da, ne? Wo geht's? Toi, Fokka. Hä, süßt? Ich hab sie weggeknallt. Fokka, der Knaller. Ey, könnt ihr aufhören, mich zu morden? Nein. Ich kennst das nicht, wie Christine. Oh. Oh. Fokka knallt sie alle durch. Hallo, okay. Der Zirksbefuchter der Schweiz. Wo war ich? Großraumabdeckung. Seht ihr, und so werde ich die ganze Zeit gepasht. Wenn die Aufnahme erst mal vorbei ist, die ganze Zeit... Oh, Drecks, Schweizer, geh aus unserem Land raus. Und du zeigst. Ich sitze gar nicht. Wir machen nur noch Spaß. Ja, ja. Ja, wie sollst du eigentlich aus unserem Land rausgehen, wenn du in der Schweiz wurdest? Das soll ja der Witz sein. Das soll ja der Witz sein. Aus unserem Schweizer, ey. Ich bin ja ursprünglich gar nicht Schweizer. Boah. Oh, jetzt kommt die Wahrheit an sich. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Er ist deutsch, aber ein Sprachfehler. Da ist er. Das ist gemein. Ne, ich bin bloß hier... Äh... Ach, komm, ey. Was sind die? Krach dabei ausliegen. Hilfe, ich bin an dem Raum. Bitte nicht töten, ich muss noch sammeln. Ich muss noch gar mal weg. Hier legt noch ganz viel Zeug für mich. Dann kam ich kurz her. Bam. Boah. Boah. Ich bin Zweiter. Ich bin Letzter. Nur gar nur Tode. Was bist du für einer? 69. Oh, voll kacke. Ey, war richtig, Alter. Wenn es nicht kalt wäre. Die nehmen das locker, finde ich gut. Ich mag die Jungs. 61 Vorräte bekommen. Ich musste 42 Vorräte sammeln und ich habe 49 mehr bekommen, als ich sammeln musste. Ich habe nur 12. Ich habe verbündet Überlebende entdeckt. Ich bin Sprengstoff-Experte 2. Oh ne, nicht schon wieder so eine blöde... Nein, Ruhe bereitet sich schnell in der Gegend aus. Ja, die Ruhe bereitet sich schnell aus. Fireflies haben einen Vorrat an Antibiotika. Verbessere das Training der Gruppe, damit wir einen Angriff starten und die Vorräte stehlen können. Ja, ihr seid ja nett. Wie kann ich denn Fertigungsgegenstände... Ah, das ist das mit den... Ah, das ist das mit den Geschenken. Ich bin voll unwissen. Sag mir mal, was ist Ruhe? Ich komme aus der Schweiz, da kennt man das nicht. Weißt du was? Ruhe. Ich kenne die Krankheit nicht. Er sagt jetzt mit Pistolen... Oh Gott, das wird ja echt immer schlimmer, Leute. Ich nehme jetzt Molde Tor. Bleiben wir drin oder gehen wir raus? Nö, wir bleiben noch drin, oder? Macht Spaß? Dann moderiere ich mal ab. Bis zum nächsten Part. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.